Wir leben in einer pluralistischen, liberalen und multikulturellen Gesellschaft. Den Menschen geht es gut und sie leben ihre Freiheit. Doch nicht alle kommen mit dieser Freiheit klar. Manche Menschen suchen nach Orientierung, nach Werten. Einige orientieren sich an radikalen Ideen, die ihnen Halt geben und Entscheidungen abnehmen. Sie werden abhängig. Es hilft nicht, wenn man diesen radikalen Ideen andere radikale Ideen entgegenstellt. Das vertieft nur die Gräben und fördert das weitere Abgleiten. Unser Mensch bleibt wütend und unzufrieden. Gibt es keine positiven Werte, an denen er sich orientieren könnte? Die besten Werte sind unsere liberalen, humanistischen Werte, die für uns bereits selbstverständlich geworden sind. Wenn wir diese Werte vermitteln können, entziehen wir radikalen Ideen die Grundlage. Wir sind alle Teil einer Wertegemeinschaft. Mit deiner Hilfe können wir diese Werte vermitteln.